hallo einen wunderschönen guten abend nein 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 warum der macht den konter setzt sich da auch ich mach da mal eine lobby auf das ist eine milchige geschnitte schmecken der hat voll jeden kassel mit dem jocke den boden Ja, ist er spannend. Ja. Tschüss, IST. Super. Ah, fuck you. Ja, viel Spaß, René, zu verkrassen. Oh, Tazuya, aha. Ich hab noch nie gegen einen starken Tazuya gekämpft. Jetzt bin ich mal gespannt. Soll ich mal spielen? Ja, bitte. Bruh. Richtige Kombo. Sag mal ganz ehrlich, diese Back-Air. Front-Air, was auch immer das Back-Air wohl ist, ne? Die ist dumm. Yes. Ja, da stimme ich zu. Was? Aua. Immer diese dämliche Frage. Welche? Geh jetzt mit den Hunden raus. Alter, alter. Blö, blö, ich kann. Was? Ich glaub, ich geh mit den Hunden raus. Ich kürze mich gerade an, weil die ganze Zeit nur ein Neuaffen wird. Jetzt. Alles klar. Er verkröpft nochmal René und dann verkröpigt ein Feuer Leerfiel gegen los. Nee. Das wegfuhr. Das wegfuhr. Ja, Baby! Das war's. Das war's. Das war's. Ah, fuck you! 30 Sekunden. Das ist neig dafür. Nee. Ich fühle mich aber eine Wurz. Sollte aber nicht. Okay, dann fühle ich mich jetzt schlecht. Emotional Damage! Emotional Damage! Ich will einfach jedes Game jetzt mit Meteor werden. Wenn's geht. Einfach zu gut! Einfach zu gut! Oh mein Gott! Yes! Scheiße! Oh, shit. Ja, jetzt. Das war so anstrengend. Und nach links. Nee, nach rechts. Und links. Weg, weg, weg. Und... Komm nochmal hier an! Komm nochmal her! Ey! Ich hab auch keine Feuerwehr gewissen! Ah! Glückskatze ist auch da. Ja! Ja! Ich will mehr ne Chance zu haben. Ich glaub ich wechsle dann jetzt auf, damit einer von euch auf jeden Fall nochmal nen Sieg kriegt. Okay. Ey! Alter! Diese arrogantische Art, wie man das sagt. Chance ey! Nein! 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 Da komm ich so hoch! Das ist doch einfach! Ha! Ha! Noch mal in dem Glückchen! He! Boah! Ich hab der zum Verfehl jetzt umpisst! Oh! Ich hab voll Angst vor Casio, aber ich weiß nicht, was der macht! Ah! Genau Teufel! Oh mein Gott! Ha! Ha! Ich hab noch mal zu hören! Oh! Oh! Ding-bang-ding-dang! Hieß doch voll! Nein! Oh! Das war so knapp! Jetzt füllen die Beine! Ha! 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 Ich mag es in das Herz der Leute, die Furcht zu bringen! Ha! Oh! Okay! Bring it! Und ich hört noch schlecht! Ah! Jetzt kommt ein Bilder mit! Ne, man hört nicht schlecht! Dann musst du dich lauter schalten, Luchskatze! Nee! Es ist schon gut, dass du so leise bist! Bitte bleib so leise! Warum denn? Ja! Ja! Also für mich hört er sich so an wie immer! Ich höre, dass ich so was überliegen würde in seinem Stuhl wieder so halb eingeschlafen! Mein Gott, schön! Wie viele Angriff waren es? Sechs? Sieben? Oh! Fuck this! Oh! Oh, nee! Tschüss Ray! So gottloser Knicht, alter! Ha! 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 Hmm! Je lang ist das her, dass man Gebirgelsmann mit Kazoo ja gesehen hat.. Ich spiel den halt nicht gerne gegen euch, weil ich immer beschwerbe dich, des Spiele! Nein, ich beschwer mich nicht! Ja die anderen, also Ice-Hein und das Kübkatze! Ich muss jetzt überlegen, ich glaube Kasui ist nicht so schlimm! Das kriegst du ja auch wenn du mir nicht lauter schaltest, ja. Frame perfect. Kann man ehrlich glaube ich nur, Casuiole, ob die Faktor bei Gebirge ist. Das geht mir jetzt schon wieder auf die Nähe. Das war sehr gut. Einfach weitermachen. Ja. Meinst du so? Jetzt nicht nur smashen. What the fuck? Casuiole ist doch anders fähig. Wenn man smasht, kann jeder den spielen. Oh, was? Getaggt, das krass. Wow. Spinnfisky. Ich hasse dich. Dankeschön. Das ist eine Hassliebe. Ach, das ist normal. Das ist pure Hass. Okay, ist draußen. Er hat keine Lust auf mich. Eins noch kriege ich noch. Nö. Du Pfeffer. Oh. Du lieber bist. Du bist ein großer, unerdenhafter Mensch. Ich bin gegen mich auch um eingesetzt. Ach, ich bin gegen dort Schnee. Ich muss ein bisschen anders spielen. Ich muss sich wieder ordentlich hin schrubeln. Uff. 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 Schade. Geiß ist das. Nein, nein, nein. Uff. Und, das lebe ich. Oh, kein Beam. Das löde ich auch noch. Nein, doch nicht. Uff. Uff. Nein, lebe ich. Ich verliere jedes Mal. Aha. Ich werde mit dem Meteor. Nein, nein. Nein. Uff. 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 Auf die Bildschweiß. Uff. Ich sperr mich mal. Uff. Stop it. Ah. Jump doch mal für mich. Uff. 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 Ich hätte Geräuschkulisse du wieder bringenst. Ich muss ja live dabei sein. Ich muss alles fühlen. Au. Ja, ich muss alles fühlen. Ich finde es cool. Nein. Nein, ich habe doch den Spot Dodge. Nein. Nein. Oh ho ho. Yes. Ja. Ich hasse diese Kombu, Alter, ist dumm, ist die scheiße. Ja, es ist halt auch true. Ich kann halt nichts machen. Aah. Doch, das sterben. Das war zu spät. Das war zu früh. Das war zu früh. Ich habe noch keinen Spike gegen dich hingekriegt. Gut, ne? Weil, wenn ich einmal zu schnell runterfalle, dann komme ich nicht mehr hoch. Läh. Ich glaube, das verliere ich. Ah. Oh mein Gott. Das war so knapp. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Konzentrieren nicht. Nein. Das war Bull, du hattest mit dem Hitz an. Du warst voll im Schild, Alter. Du warst voll im Schild. Ja, hast du. Ich bin Videobeweis. Da, da kommt mein Wisch. Er dutscht in der Luft. Wie auch immer diese fette Schwelle, das überhaupt leben kann, keine Ahnung. Ja? Ich lande vor ihm. Ellen nach mir. Da ist ein Schild. Da ist der verschießene Schild. Da ist mein Schild. Ja, ich bin auch nicht gern. Ich hab's auch nicht gern. Ich pack' ich so eine Zitte. Ja? Miss. Wofür ist das? Warte, du hittstern. Du warst lange im Schild. Ich bin der. Ha, 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 ha. Ich finde das interessiert mich nicht. Ohne Scheiße. Das ist gleichartig. Ich mach' den Hühner-Tonch, guck mal. Ey, essen's draußen, Teddy. Das ist einfach nur kackendärmig. Yes, sir. Hey, hör auf zu taunten. Ich bin deutlich besser. Was soll das? Wenn du so deutlich nicht besser bist, warum gewinnst du noch nicht einfach? Tue ich doch. Tue ich doch. Do it. Do it. Let's do it. Make your dreams come true. Wer weiß damit, du? Aua! Da, schön. Mach' ich mich jetzt. Ich war mir in den Bord. Schmeiß' mich auf den Kopf. 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 Awww. Not like this. Wow! Den Perisher bist du. Da ist die letzten Fairy denn doch, glaube ich, schön. Uuuhhhh. Kannst du deinen Skilln nehmen zu machen? nochmal genauso aufbringen wie gerade. Gerade war es ja ziemlich knapp. Was? Ich hab dir nicht alles gegeben, Alter. Ich hab nicht mal meine Brille auf. Nee, nee, nee. Nee? Nein. Na? Das ist so ein Dreck, Alter. Hier bei 80. Welcher Töner hat man und um 22 Uhr kein Fleisch mehr? Was ist das für ein Drecksladen? So, das ist erstmal mein letztes Match mit K.R.O.L. Yey! Und nach hinten und... Oh, so geht's auch. It's time to starve! It's time to starve, okay? So lange bist du nicht mal Air-Deutsch. Ja wie, Air-Deutsch? Was mach ich denn falsch? Aber dann komm ich doch nicht aus dem Loch raus, wenn ich nicht Button mesche, oder? Ja, aber wenn du gar nichts machst, dann sind die Überlebenschancen deutlich höher. Pokémon gegen Pokémon. Ja. In der Serie hast du K.R.O.L. verloren. Gegen Mewtwo. Gegen Mewtwo kannst du auch nicht gewinnen. Gegen Mewtwo kannst du auch nicht gewinnen, der Ding ist viel zu stark. Es ist halt draufgetreten wie auf ein Insekt. Du, ich hab mein Fernseher aufgemacht, scheiße. Was hast du gemacht? Ich hab mein Fernseher auch gerade aufgemacht, so gesehen. Ah, die war gestartet. Warte, das ist unfair. Du hast noch 10 Sekunden. Hey, darf ich nicht zugucken? Du hast eine so einfache Gesichtspunklückskatze. Ja, wirklich. Och, Mann. Au. Das tut er recht. Ah, tut es das? Ja. Warum? Was hab ich denn gesagt? Du nervst. Tut sie fixen doch mal. Ich weiß nicht, ob das eine Hexe sagen würde. Das ist doch eine Hexe. Boah. 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 Was das noch getroffen hat? Ja, wir sind schon ziemlich getroffen. Irgendwigskatze. Nicht angenommen. Ja, das lade ich eh. Das ist cool das Lied. Das mag ich. Richtig deutsche, äh, deutsche bayerische Musik. Ja, richtig feurische Musik. Natürlich gefällt es Glückskatze. Was ist los? Ja, natürlich gefällt dir diese komische Alpenmusik. Das ist doch lustig. Nee. Oh. Oh, das ist stärker. Meine Pille, oder? Oh, nein! Oh, Karma! Der Fettflick am Bildschirm. Yeah! Boah, Englisch mal. Der Erfolg hat endlich lange an. Nee, schweiß. You can do it. Wo war das? Der Gebirge. Los, Katze, musst du einfach nur greifen und dann nach oben werfen. Ja. In the late. Hallo. Einfach abschliesslich. Das geht auch. Ja, das war's. Na, welcher von den Schwarzen gewinnt? Ja. Der Schwarze. Wohooo. Ich sag, irgendeiner gewinnt durch Stiefel. Stiefel? Ich sag kein Ganondorf. Upsa. Ah, das ist ein Stiefel. Ja. Ah, ja. Fuck. Stiefel in den Wirbel. Hey, jo. Hä? Tanten reicht schon dafür, mein Gott. Ja, du musst einfach nur abwaschen. Abwaschen. Und dann Teaback, der boah macht den Feld los. Nee, ohne Scheiß. Wow. Puh, der lebt. Der Winkel war mies. Der war besser. Oh, get the fuck away from me. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Gegner nicht, die sind so scheiß. Aber ein roter Teppich gefällt mir zu meinem roten Outfit. Stimmt, das passt gut. Oh. Nix von wegen schlechte Recovery, ja. Nein. W-w-w-w-w-w-w-w. Nein, w-w-w-w-w. W-w-w-w-w. Wow, das wirds noch gewonnen. hat geführt glaube ich oh mein gott doch 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 die operation und beste absaugen ich bin ich glaube ich weiß ich bin ich mit ihre hat gelacht lasst mich das erste war heute der rote zeit oh mein gott stück ich war schon lange tot er will lernen beiden bringen nicht zu warten wenn sie im boden eingesteckt ist aber wie denn nicht drücken das einzige was du nix machen kann wenn du das machst und klappt sich erstmal in die hände da haut rein viel spaß noch ich kann mich auf der seite rausschmeißen sollen ohne schreiß keine chance auf das ist für ein dramatisches empfohlen das ist nicht dragon ball dramatic finnisch sagst du musik kommt voll oft Stimmt. Hast du die ausgewählt? Nein. Ja. Verdammt, verdammt. Ja. Geh dir. Da runter, das Zeitsch. Das gibt's doch nicht. Ah ja, schade. Aber danke für den Jens, Doc. Jo. Hehehehe. What? Also mein fucking Beyblade-Move hat keine Range. Das ist ein Witz. Ja. Oh, das war schön. Nein, was zum... Oh my god. So ein Damage, man. Mein Lieblings-Move-Gewirges. Ich hab sogar gedodged, alter. Ich hab sogar gedodged gedrückt. Das kam nicht, weil ich hab genau gewusst, dass wir da rein springen. Er hat dich trotzdem getroffen. Faszinierend. Faszinierend, sagt sie. Faszinierend. 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 Nein, ich hab keinen Sprung mehr. Ich hab keinen Sprung mehr. Au. Wiii. Der fliegt aber schön. Der aufzurumpfen ist. Mach klar. Oh mein Gott. Das ist wie ein Horrorfilm. Das ist wie ein Horrorfilm. Der Clown, der auf dich zugesprungen kommt. Das ist schlimm. Nämlich ohne Grundjump, man. Ja, furchtbar. Das ist wie ein Horrorfilm. Die Musik. Die. Bitte Trap, was ist los? Da habt ihr was Falsches gesehen Mach einfach weiter so Das klappt ja Oh mein Gott, das wird ein schönes Match Ja Das Battle um Schlumpfhausen beginnt Nein Wo lebst du? Hilfe! Oh no! Das ist ein Disrespekt Schreibermustert Drei Mal mit Ganondorf, das wäre auch lustig Gerne einen Freefall als Abschluss? Ja bitte, wart nicht weg Okay Ihr macht es, ihr macht es schon Ja, ja Oh, what the fuck, was das? Das war cool Das war cool Nein, ich hätte jetzt eine Rolle angesetzt hinter ihnen Das war ein dummes Match einfach Ja Ja Warum gehst du das ganze Zeit noch nicht? Was leist du dir? Ja Du hast dich verdient Wie? Ich hab dich verdient? Ich bin hier mit, guckst du an Du hast verdient Ich hab den tollen Bart von uns Ich hab den tollen Bart von uns Ich hab den tollen Bart von uns Bitte! Was? Was? Ich hab den tollen Bart von uns Geh weg! Was? Du hast die Gimiteort Und sie geh mit ihr Ja Ey, ey, ey. Jesus Christ. Okay, Birgis. Als ob du das treffen würdest. Was? Was für mich? No. Der Schlaf. Oh. Excuse me, what the fuck? Er hat dir den Rücken aufgespitzt. Wo hat er das getroffen, Alter? Vor den Rücken. Voll gar nicht. Hast du gesehen? Du bist ihm reingeflogen, wie immer. Ja, wie immer, ich gehe ins Bett. Guten Abend.